Hallilu, ich bin der Igel und ich habe letztes Mal einen Schnitt gemacht, hier geht es jetzt einfach weiter und deswegen rede ich dummes Zeug. Hallilu, was denn das für eine Scheiße? Soll ich so wahr anfangen oder was? Was denn das für eine behinderte Begrüßung? Egal, weiter geht's. Und tot. Das war's. Spiel zu Ende. Wäre eigentlich auch ein sehr, sehr cooles Ende. Scheiße! Was geht hier vor, Joe? Die Arschlöcher sind nur kurz Pissen. Toll. Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Furz, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich kann's ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Veto. Was ist hier los? Warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schützaugen laufen amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, Mist umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Ich bin zu alt für diesen Mist. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz ohr. Mr. Vinci, ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir. Joe und ich haben nichts damit zu tun. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was? Was für ein Jammer. Ich hab echt auch keine Ahnung, was da drin war. Nein, eigentlich. Jetzt aber schnell. Wir müssen was unternehmen. Gut. Vielleicht gib das Rohr nach. Komm, hilf mir. Allein schaffe ich's nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Okay. Der reichiges Arsch. Komm her, Wichser. Hat er eine Knarre? Ja, nimm sie doch. Okay, dann wollen wir doch mal. Da ist doch einer. Laut Karte ist da einer, aber ich seh keinen. Oh, da ist einer. Oh, da ist er doch. So. Die Kniffte will er nicht aufheben? Dann holen wir uns den nächsten, oder was? Und? Wow. Okay. Was für eine Kacke. So. Hat er jetzt eine Knarre? Kann ich die aufnehmen? Irgendwie ja, aber auch nicht so richtig, weil ich schon genug Munition hab, wahrscheinlich. Ah, okay, hier rumgehen, sonst ich nicht. Ah, okay, von hierhin treff ich ihn nicht. Ah, so geht's. Gut, ist der auch weg. Okay, so, Gegner haben wir nicht mehr. Wo soll ich jetzt hin? Ah, geh mal vor. Runter. Klingt gut. No! No! Scheiß drauf. Ich bin weg. Ja, man. Du küsst dich. Ja. Lass mich leben. Bitte. Okay, doch nicht. Ich hätte dich jetzt gerne leben lassen, aber ich wollte dann doch irgendwie nicht. So, sind jede Menge Leute. Ja, drüben. Die kommen nicht aus ihrem Arsch raus. Geht du mal vor? Genau. Das ist keiner. Kann ich schießen. Kann ich schießen. Irgendwie kann ich... Wow. Kommt aus der Deckung irgendwie nicht schießen. Scheiße, was ist los mit dir? Los, ich blass dir dein Hirn raus. Ich sehe keinen. Nimm das, du Arschloch. So. Bam. 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 Kommt der andere nochmal um die Ecke? Ja. Kommt der nicht, aber dann kommt ein anderer, ist auch gut. Ja, kommt er. Oh, und da ist er weg. Aber schön mit dir. Willst du dich jetzt ein, du Mistkerl? Oh, bam. Auf weg. Achso, ich bin auch riesig. Aber ich könnte auch noch gar nicht umschalten. Was zur Hölle? Kommt er von hinten? Sie kamen! Von hinten! So, einer ist noch. Da ist er. Da ist er noch. So, lass dir dein Hirn raus. Ja, warte kurz. Jetzt. Warte. 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 Da. Ne. Du stehst scheiße. Jetzt stehst du gut. So, Joe. Wo wollen wir lang? Joe? 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 Ah, da bist du. Wo müssen wir lang? Hier ist in Deckung. Aber hier ist gar keiner. Okay. Ja. Und du? Du zuerst. Ich gebe dir Deckung. Hehehe. Okay. Da scheint erstmal keiner zu sein. Ah. Das ist auch keiner. Speichern. Kommst du vielleicht mal mit, oder was? Hallo? Guck doch mal an, was da hier unten los ist. Oh Gott. Wie kann man so derbe daneben schießen. So. Gut. Vielleicht spiel nochmal. Nö. Nö. Jetzt aber. Nö. Immer noch nicht. Bei meinem Mann. Wem gefällt dir das? Okay. Na los. Na komm, du Totten. Na ist er. Schieß. Vito, komm her. Hier sollte es rausgehen. Willst du jetzt Angst haben? Wirst du sicher? Da schießen welche. Okay. Typ, du stehst im Weg. Meine Fresse. Ich werde in den Schlangen umgeschossen, wenn du nicht im Weg stehen würdest. Warte mal, deine gute Knifte. Ich will die hier haben. Oh Mann. Ja, toll. Danke. Echt. Ohne Scheiß. Das hätte viel einfacher laufen können, wenn der Typ nicht dauernd im Weg gestanden hätte. Aber er steht dauernd im Weg. So. Knall raus. Ja, wirst du. So. Nachladen. Welches Spiel? Zwei Treppen tiefer auch nochmal. Dann irgendwie drei Treppen tiefer und dann sind wir schon da. So. Okay. Kommt er jetzt auch wenigstens mal nach? Wie gefällt dir das? Nimm das Wachen, die Mangel. Na los. Schade. Was war er da irgendwo? Ich geh mal hier rum. Ich glaub hier ist mehr zu erschießen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, das tut mir leid. Da hab ich den in den Kopf geschossen. Das wollte ich nicht. Das ist mir so rausgerutscht. Oh, da ist einer. So, wieder mal muss ich eine kleine Schnittpause einlegen, sonst wird mir die Part, boah, wird mir der Part einfach zu lang. Jetzt gerade nicht mal so Cliffhanger mäßig, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall geht's an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Tschüss. Tschüss. Tschüss.